Hallo, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie mit X-Protect die Vertraulichkeit dessen gewährleisten können, was vertraulich bleiben soll, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden. Alle Sektoren Ihres Geschäfts abzudecken und dabei einige Elemente wie öffentliche Bereiche und sensible Daten vertraulich zu halten, kann eine Herausforderung sein. Neben dem Risiko, vertrauliche Daten offenzulegen, könnte die Verletzung von Datenschutzbestimmungen, Bußgelder, Klagen und negative Presseberichterstattung nach sich ziehen. X-Protect VMS ist mit einem Toolset für Privatsphäenausblendung versehen, das Organisationen hilft, Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz ohne zusätzliche Kosten zu mindern. Wenn die Funktion aktiviert ist, können Benutzer eine Vielzahl von Tools zur Privatsphäenausblendung auf bestimmte Bereiche anwenden und so die Sicherheit der Unternehmensdaten und die vollständige Einhaltung der Corporate Governance Anforderungen gewährleisten. Das Einstellen der Masking-Tools ist ganz einfach und da die Funktion im VMS integriert ist, sind keine zusätzlichen Verarbeitungsressourcen erforderlich. Das heisst, die für die Videoverarbeitung dem System hinzugefügte Belastung ist minimal. X-Protect bietet zwei Arten von Privatsphäenausblendung. Eine permanente und eine aufhebbare. Beide lassen sich von einer leichten Unschärfe bis hin zu einem kräftigen Overlay einstellen und decken Bereiche in der Kamera jederzeit und für alle Benutzer ersichtlich ab. Nach dem Einstellen einer Maske, sei sie permanent oder aufhebbar, wird dieser Teil des aufgezeichneten Videos und selbst beim Export nicht von Konfigurationsänderungen beeinträchtigt. Eine permanente Maske kann nach der Aufzeichnung unter keinen Umständen entfernt werden. Bei einer aufhebbaren Maske ist dies nach der Aufzeichnung nur mit den richtigen Benutzerberechtigungen möglich. Nach dem Entfernen einer aufhebbaren Maske werden die ausgewählten Bereiche in allen Kameras und Kundenansichten offengelegt, bis das Kontrollkästchen Maske aufheben deaktiviert, die vordefinierte Dauer überschritten wurde oder der autorisierte Benutzer sich vom Smart Client abgemeldet hat. Das Konfigurieren von Masken und Zuweisen von Berechtigungen an Benutzer für aufhebbare Masken wird vom Systemadministrator im benutzerfreundlichen und maximal sicheren Management Client vorgenommen. Jetzt können Sie Compliance ohne Sicherheitsgefährdung gewährleisten. X-Protect bietet Ihnen diesen Rundumschutz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Milestone-Vertreter vor Ort oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website.